sind sind wir tot nein das fühlt sich anders an wie du weißt habe ich dem tod bereits einige male in die augen geblickt ach ja habe ich vergessen dabei fällt mir ein trägt toni noch immer diese kontaktlinsen da passiert was ich glaube das zeug könnte seinen zweck erfüllen ja und willkommen zurück zu deponia nach diesem letzten fiesen cliffhanger hier wollen wir doch heute mal ein bisschen weitermachen und gucken was denn noch passiert die welt ist ja jetzt letztendlich nicht untergegangen dafür war bei espresso gut und ich weiß jetzt nicht wer das in den kommentaren noch geschrieben hatte ich glaube es war nie nie gewesen seid mir nicht böse wenn ich das jetzt verwechsel der tipp war dass der papagei genauso tief schläft wie gold es tut also hoffentlich kriege ich ihn damit wach du aufwachen geht doch perfekt und ja dann gebe ich doch erst mal den papagei bei toni ab bevor ich mich dann um gold kümmere wie geht das jetzt immer den papagei und gucken mal ob ich auf die stange kriegt toni ich habe ein geschenk für dich habe ich dir nicht gesagt du sollst keine tiere in meinen laden bringen ich dachte das gilt nur für ratten und insekten und und wasserbüffel aber dieser papagei hier ist ganz anders ist klug reinlich macht nichts kaputt und läuse hat er auch nicht ist das genaue gegenteil von dir sehr witzig toni ich dachte nur du könntest einen zuhälter zuhörer gebrauchen damit du mal jemand anderen zu texten kannst ja wenigstens rede ich dann nicht mehr gegen eine wand er gefällt mir kein wunder er klingt genau wie deine mutter und eine gewisse äußerliche ähnlichkeit ist auch vorhanden raus raus ja das heißt auch nicht unbedingt wieder sehr schlau hätte ich nur auf meiner mutter gehört nimm dich vor ihm in acht toni der kerl ist ein egoistischer idiot wart nur bis du ihn richtig in aktion siehst gerade erst letzte woche hat er den friedhofs rasenmäher mit sprüh sahne betankt glückwunsch der arme vogel nicht mehr lange und er wird sich zu den minengasen zurückziehen gut was hat mir das jetzt gebracht noch gar nichts oder und dann hat rufus die bienen einzeln mit frittierfett bestrichen nur um warte mal da ist er schon wieder wir reden gleich weiter okay ich will nicht dass er hier unbeobachtet rumlungert vielen dank toni hallo rufus danke noch mal für den papagei ist so ein kluges tier ja aber hier auch keine neuen dialoge ich muss weg das sage ich schon seit jahren aber du bist immer noch da kann ich noch mal ein coupon klauen jetzt ich sagte finger weg ja aber du sagst ja andauernd irgendwas nimmt die füße vom tisch dass keine raubtiere in die wohnung schickt die medikamente zu oma da muss man schon klug aussortieren kann man ja nicht alles auf einmal machen und siehe her meine füße sind schon mal nicht auf irgendeinem tisch nicht aufregen tony nicht aufregen tief durchatmen hat mich jetzt nicht weitergebracht nein es gibt hier noch ich schaue mal das fenster das ich nicht öffnen kann glaube ich ne und kram kann ich nichts anklicken beim fenster auch nicht lassen wir das thema mal offen und kümmern uns jetzt lieber darum goal in unsere welt zurückzuholen und das geht nicht hier morgen matze morgen rufus so ich kann nicht empfehlen sie in diesem zustand zu bewegen was ist denn das für ein zustand ich verstehe es immer noch nicht ich meine ist sie tot nein nein ihr körper ist lebendig und gesund es ist ihr bewusstsein es ist inaktiv also schläft sie es ist schon ein wenig komplizierter ich glaube es hat mit diesem implantat zu tun es ist defekt ein bewusstseins implantat gibt es denn keinen schalter eine sicherung vielleicht sind die kontakte verrostet das passiert mir bei meiner gegensprechanlage ständig ich habe alles überprüft aber das ist elysianische technologie ich habe keine idee wie man sie bedient ich habe ja nicht einmal einen passenden schraubenschlüssel und wann kann ich sie dann endlich mitnehmen erst einmal muss sie aufwachen okay okay ich sehe schon diese situation erfordert eine regierungsentscheidung wir machen es so wenn du sie aufwecken kannst kannst du sie auch haben und wenn ich sie aufwecke rufus du hast hier nichts zu suchen aber ich habe einen plan deine pläne sind mir bekannt du denkst nichts richtig zu ende alles was du erreichst ist ein großes chaos gibt es eine explosion das wollen wir doch mal sehen ich warne dich halte dich von dem mädchen fern dann kriegt jetzt direkt den espresso rein was ist das für ein beißender geruch das ist medizin sagt wer sag ich und wer ist jede art sagt du sagen wir es zusammen ich unentschieden drei gewinnrunden du bist gewonnen mist okay mir macht das angst dass ich irgendwie scheinbar immer mehr mich in den charakter rufus einfühlen kann hilfe also das geht nicht und es wird auch nicht gehen wenn ich erst den richter in den mund stopfen was soll das werden ich will ihr nur diesen trichter in den mund stecken nicht so lange ich ihr behandelnder arzt bin und ich ihr behandelnder bürgermeister gut doch doch immer mit euch reden jetzt noch worauf haben sie helfen sie ihr das würde ich ja gern aber ich werde ständig von sogenannten bekannten der patientin gestört sogenannten bekannten das klingt lustig können sie das tausendmal hintereinander sagen warum sollte ich ich kann auch tausendmal hintereinander verzieh dich sagen ohne dass es etwas ändert na gut okay wird sie wieder gesund um das zu beurteilen müssen sie erst einmal wach ich doch das geht leider nicht so einfach ich habe schon jedes aufputschmittel aus meiner apotheke ausprobiert nichts war stark genug ich bräuchte irgendetwas noch viel heftigeres etwas heftigeres das klingt nach einem job für mich ich bin super heftig und das hat man eigentlich alles lassen wir das gespräch nichts zu danken wirklich gar nichts so lotek was war das tasche eine tasche immer mal mit dir sie sind nicht unantastbar lotek vergessen sie das nie was kann ich mit der tasche für einen unfug treiben also keine der jetzt irgendwie direkt sinn machen würde oder sie an wenzel ist auch da ist jemandem was zu essen runtergefallen oder warum kriegst du hier rum ich warte natürlich darauf dass goal aufwacht damit ich sie mitnehmen kann träum weiter es stimmt zwar dass ameisen das zehnfache ihres gewichtes tragen können aber warum sollte goal eine elysianische orbit elfe sich mit jemandem wie dir abgeben du hast mich immer unterschätzt sie mich an ich bin ein gemachter mann wer auch immer dich gemacht hat er hat auf der hälfte aufgehört ich bin ich habe eine wasserader im keller du hingegen hast nicht mal einen keller du hast gar nichts rufus na und daran erkennt man die leute die immer alles geben und was soll ich auch mit einem keller in kuwak ich gehöre hier nicht her genauso wenig wie goal und wenn ich sie erst einmal aufgeweckt habe werde ich sie nach elysium begleiten du wirst schon sehen also was kann ich an deiner tasche hier manipulieren brauchen wir das erdmagnetfeld noch das erdmagnetfeld zu manipulieren fällt garantiert unter amtsmissbrauch dann ist es okay ich bekleide ja kein amt espresso macht keinen sinn das auch nicht warum sollte er die wünschelroute zurückhaben wollen ich habe ihn nicht gewählt damit er sich in meine sachen ein mischt habe ich ihn überhaupt gewählt oder irgendjemand anderen wo mann politik ist echt kompliziert ja okay das narkotikum das müsste ich natürlich auch am ende irgendwie noch mal bei der toni ausprobieren luftballons dat feil ja der dat feiler hatte irgendjemand geschrieben ich weiß nicht ich glaube es war nini oder was balu dass es jemanden gibt wo es doch vielleicht sinn machen würde ihm ihm oder ihr den dat feil mal ins gesicht zu werfen ich wüsste nicht wer und wieso ich das tun sollte aber ich halte da irgendwie auch mal ausschauen der lotek wird es nicht sein aber ruf aus mein fehler er hier nee gizmo hat meine philosophie zur umverteilung von besitzeigentum noch nie verstanden und dabei geht sie nur in eine richtung wenn es mache ich jetzt nicht also ich meine irgendwie muss ich die beiden drei beiden die drei beiden hier loswerden und dafür muss ich doch irgendwas in dem raum machen das einzige was ich außerhalb des raums machen kann ist doch hier notruf abzusetzen aber das hat ja bisher nicht funktioniert hallo ich habe ein verbrechen zu melden hallo hallo nene auch jetzt wieder nicht na toll inspektor gizmo ist scheinbar unterwegs aber kaum versenkt man die gehilfe des dorfältesten aus versehen im klärbecken steht er wieder hinter einem ich probiere es später nochmal also nicht jetzt was gibt es denn hier noch nichts weiter also ich werde das gefühl nicht los dass es hier irgendwie im rathaus die ganze geschichte weitergeht was haben wir denn hier noch im türknopf den karton die tasche die 34 personen hier überhaupt keine ahnung was war denn mit dem türknopf die tür auf und zu toll mit dem karton da war noch die luftballons drin nicht anzünden warum eigentlich nicht ist ja doch eigentlich im prinzip ein notfall dann müsste doch der gizmo ausrücken oder kann ich das mit irgendwas ich habe ja nichts womit das geht und schweißgerät um himmels willen was riecht denn hier so komisch schutzmodus aktiviert brandmeister gizmo zu ihren diensten wo ist das feier die kammer steht in flammen herr gott keine sorge ihr feuer ist so gut wie gelöscht äh hallo solange er nicht vor hat sich nützlich zu machen lass ich ihn lieber da drin oh nee also gufus bitte ein stethoskop na endlich ich dachte schon ich muss für immer in diesem schrank bleiben wo war ich stehen geblieben ach ja medizin modus aktiviert doktor gizmo zu ihren diensten wie steht es um die patientin unverändert würde ich sagen die diagnose überlassen sie am besten dem arzt wo ist denn jetzt mein stethoskop polizei modus aktiviert der typ ist durchgepeitscht ach pass auf sie sind nicht unantastbar lo tech vergessen sie das nie so das reicht jetzt aber ach kommen sie gizmo sie haben jetzt wirklich wichtigeres zu tun sagen sie mir nicht wie ich meine arbeit zu tun habe oder wollen sie etwa von ihrer schuld ablenken das ist doch wohl da ist ja auch der corpus deliktiv damit ist das puzzle komplett das geheimnis um den diebischen bürgermeister ist endlich gelüftet jetzt geht es rund das werde ich ganz bestimmt nicht tun sie sollten aber ich will aber nicht sie haben keine raal ach ja sie sind gefeuert sie können mich nicht feuern sie sind verhaftet sie können mich nicht verhaften sie sind gefeuert habe sie aber zuerst wir sind trotzdem gefeuert sie können mich nicht feuern sie sind verhaftet sie sind trotzdem gefeuert sie können mich nicht feuern sie sind verhaftet endlich ich was wo wer war das ich ich war das alles ok bei dir hat wohl wir getan was ist passiert du hast die fremde geweckt und einen schlag auf den kopf bekommen gold wo ist sie wie geht es ihr sie ist immer noch nicht ganz klar im kopf ich glaube ihr implantat wurde bei ihrem sturz ernsthaft beschädigt sie ist jetzt zwar bei bewusstsein aber sie redet nur kauderwelsch darf ich sie sprechen natürlich sie liegt gleich da vorne ich habe sie erst einmal auf die krankenstation eingewiesen aber überstrapaziere sie nicht sie braucht jetzt vor allem ruhe kein problem danke doktor ich bin's dein retter nein rufus ja du kannst mich nennen wie du willst baby hm aber hat das nicht weh getan als du vom himmel gefallen bist ne ach komm das war witzig ne weil ich meine du bist ja wirklich vom himmel gefallen also war das witzig verstehst du hm hallo jemand zu hause haus 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 ich nehme das mal als ein ja mit einschränkungen probieren wir es mal damit britzel fitzel britzel nimmel fremsel kugel wugel baselfasel nim 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 mamelframs bimfidi bum klopp klopp äh komm zu dir supp 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 kartoffelsupp sie sieht gut aus und man kann sich gut mit ihr unterhalten ach das führt doch zu nichts ne die frau ist ja total plemplem ja plemplem tötete hm was hab ich auch erwartet dass sie mich mit nach elysium nimmt elysium wir müssen zurück nach elysium wie war das schreckliche dinge der organon hat uns verraten schnell wir müssen zurück nach elysium ja du kannst dich erinnern bist du das klietes was nein ich bin nicht mein name ist rufus ich habe dich gerettet rufus ich versteh nicht wo bin ich hier du bist ziemlich übel gestürzt der arzt sagt du leidest unter halluzinationen es ist verwirrend aber ich muss zu klietes kannst du mich zu ihm bringen wer ist klietes mein verlobter oh du ich weiß nicht vielleicht bist du hier besser aufgehoben immerhin er wird dich großzügig belohnen oh das äh großzügig versuch klietes zu kontaktieren er wird nach mir suchen wie großzügig genau ist denn großzügig vielleicht kannst du ihn über funk erreichen er wird versuchen mich zu finden meinst du wirklich dass das sinn macht also für einen verlobten hat er bislang nicht sehr viel für dich geleistet weißt du bitte rufus du bist der einzige dem ich hier trauen kann tja das stimmt wohl du kannst dir wirklich nur mir trauen nur mir und du hast deinen noblen charakter bereits unter beweis gestellt das kreuz eines helden aber um nochmal auf das wort großzügig zu kommen du geier das ist unglaublich bitte rufus kontaktiere klietes ich wäre dir unendlich unendlich dankbar es tut mir leid es tut mir leid ich weiß nicht ob ich das kann ganz spannend rauf auf ab 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 guck guck aber das kreuz eines helden warum muss ich auch immer so unendlich gutmütig sein so da haben wir es jetzt also wie kann ich den kontaktieren im rathaus die leute sind weg hat sich hier irgendwas anderes geändert ansonsten nicht habe ich gesehen dass es ja beim lotek diesen fernschreiber gab diesen hier diese technik ist voll für die katz mit dem wohl nicht und auf der bühne im saal stand ja noch irgendwie ist nicht wahr oder der man macht mich fertig dieses mikrofon hier das ich jetzt einfach mal klaue auch gut ich wette er wäre immun dagegen Trichter liegt wieder da den kann ich auch wieder nehmen den kriegt der jetzt trotzdem in den mund den kriegt der jetzt trotzdem in den mund na gut das ist eine klare ansage ich habe ein mikrofon gut was kann ich mit dir noch anfangen kann ich dich ganz ausschalten das wäre wie öl ins feuer gießen in langweilig na gut hm 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 muss ich jetzt vielleicht nicht erst mal in tonis laden irgendwie weiterkommen oder will Will er jetzt immer noch einen Dart-Fall im Gesicht haben? Nee, ne? Das macht ja keinen Sinn. Nein, ach nee, nicht noch mal den ganzen... Das kürze ich mal ab. So. Und dann hat Rufus ihm die Krücken geklaut, um daraus ein... Warte mal, da ist er schon wieder. Wir reden gleich weiter, okay? Also hier kann ich auch nichts machen. Ich muss die gute Toni ja auch noch irgendwie loswerden, aber ich hätte jetzt auch keine Ahnung wie. Also, das hat noch keine Verwendung, das Magnetfeld noch keine. Das Mikrofon, wo soll ich mit dem Mikrofon denn hin? Kann ich dir das irgendwie verticken? Was hast du da? Reicht es dir etwa noch nicht, mein Haus mit deinem Müll vollzustopfen? Musst du ihn jetzt auch noch an meinen Arbeitsplatz schleppen? Eigentlich wollte ich dir eine kleine Freude machen. Dann stirb einen schnellen Unfall tot. Danke. Kann ich irgendwie mit dem Fernschreiber und dem Mikrofon was anfangen? Was ich damit vorhabe, ist tatsächlich eine Schlagzeile wert. Aber noch will ich die Katze nicht aus dem Sack lassen. Okay, aber ich wüsste nicht, ähm... Wie ich das jetzt hinkriegen sollte. Gut, Leute, ich würde das hier an der Stelle mal offen lassen. Ich würde sagen, wenn ihr Ideen habt, was ich ausprobieren soll, dann haut mir das einfach mal in die Kommentare rein. Äh, ich hab grad noch keine Idee, wie ich Kletos kontaktieren sollte. Ähm... Hier ist ja auch... nicht irgendwo was Neues passiert. Ähm... Ich glaube, ich brauche die ganzen Hütten nicht abzugehen. Da ist jetzt überall der vorherige Zustand. Ich hab das Mikrofon, ich hab das Erdmagnetfeld. Kann ich die irgendwie zusammenbringen? Da fehlt ein Adapter. Kleine Klinke auf großer Blödsinn. Hat das irgendwas miteinander zu tun? Ich mein, das Ding gibt in gewisser Weise eine Schwingung ab und das Mikrofon kann sie aufnehmen oder umwandeln, aber... Die Wünschelrote rührt sich nicht. Offenbar kennt sie nur klares Wasser. Ja, also ich lasse das einfach mal offen und bin auf eure Ideen gespannt und freue mich dann schon auf das nächste Mal. Bis dann!